Das ist eine von der wunderschönsten Produkte, welche gibt es auf der Erde. Das sind die Zapfen vom sibirischen Zedernbaum. Die kommen direkt aus Laika und wie du siehst, die schauen schon ganz anders als andere Zapfe von Zirbel und anderen Tannenbäumen. Und das ist so, dass der Inhalt von diesen Zapfen viel hochwertiger ist als der Inhalt von anderen Zapfen, auch Tannenbäumen oder sogenannte Zirbelbäume. Wir sagen zu unserem Sibiricus, Pinnicus, Zedern mit Absicht. Jede Volk hat bestimmten Klang zu der Natur und russische Sprache ist viel intensiver, viel tiefer als andere Sprachen. Jede Buchstabe von uns, die ist so energetisch, vom größten Bedeutung, dass die Zedern in sich, diese Aussprache, die verankert so tief mit den russischen Wurzeln, mit russischen Wurzeln. Deswegen, mir ist absolut nicht stimmig zu sagen, Sibiricus, Pinnicus, sondern ich bleibe bei dem Zedern und derjenige, der mich versteht, wird das einfach verstehen. Derjenige, der das nicht akzeptieren möchte und mit botanischen Namen umgehen, der darf das auch machen. Okay, was können wir mit diesem wunderbaren Zapfen machen? Auf erste Stelle, die Energie vom Zedernuss behält die Zapfen viel besser, als wenn wir die Zedernüsse geschält bei uns aufbewahren im Gläser oder in unterschiedlichen Sofaradsdosen. Die Zapfen von alleine, die sind wie ein Schutzmantel für die Nuss. Und wenn wir diese Blätchen abmachen, befinden sich unten, ich nehme jetzt die, befinden sich unten Zedernnüsschen. Ich nehme die jetzt raus, dass du einfach sehen kannst. Und diese Zedernnüsschen sind auch Samen von unserem Zedernbaum, welche wir ansetzen können in die Erde und daraus wachsen neue Setzlinien, neue Bäume. Das ist dafür, muss man auch wissen, dass die Zedernüsse erst durch Frost gehen müssen. Also bevor die hochgehen, legst du die Zedernüsse oder jetzt zum Beispiel im Frühling, es ist möglich, kurz über die Nacht über leichte Frost. Und dann vergrabst du in die Erde und es kommen natürlich im Frühling warme Wetter, umpassende Temperatur, Feuchtigkeit, langsam und sicher die kleinen Sätteln. Wenn es nicht geht, du kannst im Gefrierfach für einen Tag reinlegen und dann rausnehmen. Okay, noch, das ist ein perfektes Produkt, welches wir essen können. Diese Zedernüsse kannst du leicht schälen, wenn du nimmst ein leichter Steinchen und klopfst du auf ihn ganz leicht. In Russland schält man das mit den Zähnen, was ich dir nicht empfehle. Aber die sind schon etwas hart, härter als Sonnenblumenschale, aber auch nicht sehr, sehr hart. Man kann relativ leicht schälen. Und wie gesagt, in so einer Form die Zedernuss beibehält seine Energie und Vitalstoffe viel besser, viel intensiver. Was ist noch sehr Interessantes und Bekanntes im Russland? Diese Schwingung von diesen Zedernzapfen ist sehr, sehr hoch. Wenn du in deiner Wohnung erstellst die Zedernzapfen in jedem Eck deines Hauses, schützt du energetisch dein Haus von niedrigen Schwingungen. Es kommen Wesen, welche hohe Schwingungen haben. Es kommen Naturwesen, welche dich unterstützen. Die Energie zu Hause wird viel, viel leichter, viel harmonischer als zuvor. Zusätzlich diese Zedernzapfen, die düften richtig nach Wald, weil die auch in sich Harze haben, Terpine und Phytozide. Und wenn wir diese Zedernzapfen im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer abstellen, sorgen wir für die harmonische Atmosphäre in meinem Zuhause. Aber mein Wunsch an euch alle, dass ihr vielleicht ein bisschen tiefer geht in diesem Verständnis, wieso wir diese Zedernzapfen jetzt hier in Deutschland bekommen. Ich wünsche mir vom ganzen Herz, dass jeder Mensch seinen eigenen Baum pflanzt. Und das ist Zedernbaum. Früher gab es diese Zedernbäume überall auf unserem Kontinent. Leider waren die so ausratiert, weil das wunderbare Holz von diesem Baum fasziniert immer noch viele Menschen. Und deswegen sehen wir in unserer Europa fast keine Zirbel und keine Zedernbäume. Nur im Taika, in dem größten Wald der Erde, findest du diese wunderbare Gigante. Und diese Gigante, die ist einfach unsere Mutter, die ernährt uns, die schützt uns, die einfach bietet alles, was wir brauchen. Und deswegen, wenn du aus so einem Samen ein wunderbares Baum wachsen lässt, tust du so gutes Natur wieder zurück. Und ich denke, wir haben schon so viel genommen von der Natur und ein kleines Tal können wir wieder zurückgeben. Sei mit mir zusammen und mach diese Aktion. Setz dein Baum, dein Neusetzlin, welcher wird dein Familienbaum sein? Den Baum, zum welchen du immer zurückkehren kannst, auch wir freie Seele. Mag's gut. Mag's gut. Mag's gut. Vielen Dank.